Du kennst es bestimmt, wenn man so die Wirbelsäule knachst. Ah, uh. Okay, ganz kurz erschrocken, dass meine Heißwirbelsäule so geknachst hat. In diesem Video stellen wir uns die ganz spezielle Frage. Gibt Knachsen überhaupt Sinn? Du kennst bestimmt irgendeinen Therapeut, Chiropraktiker, Arzt knachst dich ein. Du hast ein entspanntes Gefühl. Warum passiert es? Ergibt Knachsen überhaupt einen Sinn? Und ist es überhaupt notwendig? Diese Fragen stellen wir uns in diesem Video. Wie immer ist alles evidenzbasiert, wird mit Studien unterstützt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Vor kurzem habe ich bei Instagram einen Beitrag rausgebracht, wo es um die spinale manipulative Therapie geht. Also quasi ums Einknachsen der Wirbelsäule. Was da passiert und wie du dich zum Beispiel danach fühlst. Ganz viele von euch haben ihre Meinung in die Kommentare reingeschrieben, die du jetzt eben auch hier siehst. Und da haben ganz viele geschrieben, dass es eben ein wohltuendes Gefühl gibt, dass sie sich danach immer besser fühlen. Aber dass sie auch teilweise regelmäßig zur Therapie, zur spinalen manipulativen Therapie müssen. Manche haben positives Feedback gegeben und manche negatives. Und wir gehen jetzt erstmal darauf ein, was denn bei dieser spinalen manipulativen Therapie überhaupt in unserer Wirbelsäule passiert. Warum wir uns danach leichter fühlen und besser fühlen. Und da fangen wir jetzt direkt mal an. Und wir gehen direkt auch wieder in die Anatomie rein, weil das extrem wichtig ist, auch fürs Verständnis. Ich bin mir sicher, dass du weißt, wie eine Wirbelsäule ausschaut. Ganz kurz, wir haben eine Doppel-S-Form bei der Wirbelsäule, bestehend aus Heißwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und Zachrei-Gelenke. Natürlich weißt du, dass wir auch Bandscheiben zwischen den Wirbeln haben und natürlich auch noch Muskeln um die Wirbelsäule ist. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in die Anatomie rein. Hier siehst du einen kleinen Ausschnitt der Wirbelsäule. Hier hast du drei Wirbel und zwei Bandscheiben drin, die jetzt hier hellblau gekennzeichnet sind. Rechts hast du die Facettengelenke. Wir fangen jetzt erstmal an, wie das Knachsen entsteht. Und zwar passiert das Knachsen über die Facettengelenke. Wenn wir uns jetzt übermäßig rotieren, beugen oder strecken, dann bewegen sich diese und ein Knachsen entsteht. Das ist das, was wir jetzt zum Beispiel hören. Dann haben wir natürlich durch die Bewegung unserer Facettengelenke einen Druckabbau in den Bandscheiben. Das nehmen wir dann wiederum als Entspannung wahr. Natürlich gehen wir dann auch noch auf die dritte Struktur, die ich bereits hier genannt habe, ein, auf die Muskulatur. Die Muskulatur geht beim Einknachsen in eine übermäßige Dehnung und wieder zurück. Und dadurch spüren wir quasi eine Entspannung in diesem Bereich, wenn wir jetzt unsere Wirbelsäule einknachsen. Mir ist natürlich klar, dass die ganze Sache zum Einknachsen anatomisch noch viel genauer erklärt werden könnte. Aber ich bin mir sicher, dass auch viele von euch das einfach anschauen, um zu wissen, ob Einknachsen gefährlich ist, beziehungsweise sinnfrei. Aber dementsprechend habe ich auch diesen Part einfach ganz kurz gehalten. Nachdem du jetzt ungefähr weißt, wie das Knachsen in der Wirbelsäule entsteht und warum du ein entspanntes Gefühl verspürst, möchte ich auf die wichtigste Frage in diesem Video eingehen. Und zwar, ist Knachsen der Wirbelsäule gefährlich? Und da gibt es wirklich enorm viele Studien. Und da gibt es auch eine Zusammenfassung von 2305 verschiedenen Datensätzen. Es wurden enorm viele Studien mit enorm vielen Teilnehmern auch durchgeführt. Und da wurden sich die Fragen gestellt, kann das Knachsen der Wirbelsäule beispielsweise zum Schlaganfall führen, zum Tod führen? Kann es zum Beispiel Bandscheibenvorfälle auslösen? Und diese Übersicht hat enormen Überblick über das Ganze gebracht. Denn von diesen 2305 Datensätzen wurden 238 Reviews aufgenommen. Und von diesen 238 Reviews waren enorm viele Probanden dabei, wo es eben auch manchmal auch statistisch gesehen zum Tod geführt hat. Und das schauen wir uns genauer an. So, wie bereits erwähnt, wurden 2305 Datensätze geprüft. Aber von diesen 2305 Datensätzen waren nur 841 Potenzielle dabei. Und insgesamt wurden auch nur 238 mit in diese Übersicht aufgenommen. Und hier gehen wir jetzt einfach mal auf die erste Spalte ein, und zwar auf den Tod. Und da gibt es von 3.330.000 bis 3.730.000 Manipulationen führen da eine zum Tod. Das heißt, wir haben hier einen enorm geringen Prozentsatz. Genauso wie beim Schlaganfall haben wir auch enorm viele Manipulationen analysiert, beziehungsweise wurden angeschaut. Und dort hat nur eine davon eben auch zum Schlaganfall geführt. Du kannst auch gerne jetzt eine Videopause machen, dir das Ganze mal anschauen. Beim Bandscheibenvorfall haben wir zum Beispiel von 8 Millionen Manipulationen auch bloß eine. Und das sage ich jetzt mal, ist auf die Thematik extrem wenig. Denn ich finde, die meisten, glaube ich, erwarten bei so etwas schon viel mehr. Ich hoffe, du hast dir die ganze Statistik auch noch in Ruhe angeschaut, indem du das Video einfach pausiert hast. Jetzt aber zur nächsten Frage. Und zwar, ist eine manipulative Therapie unserer Wirbelsäule auch wirklich sinnvoll, beziehungsweise vielleicht ist sie auch sinnfrei? Also, wenn wir jetzt ganz genau der Studien nachgehen, beziehungsweise und die ganzen Datensätze anschauen, die ganzen Reviews etc. und auch schauen, wie das Ganze funktioniert, dann ergibt das Knachsen der Wirbelsäule definitiv keinen Sinn. Das heißt, es ist alles sinnfrei, was eben auch durchgeführt wird. Wenn dich jemand eignet, das ist auch sinnfrei. Diese ganzen Studien sagen eben aus, dass wir nur eine temporäre Entspannung haben, aber der Körper sich nach einer Zeit wieder in den alten Zustand zurückbewegt und du somit entweder ein dauernder Umsatz für den Arzt, für den Schöpraktiker oder jemand anders ist oder eben du auch selbst darauf kommst, dass es alles nur eine temporäre Lösung ist. Für mich persönlich, egal ob wir jetzt eine Studienlage haben oder nicht, die eben beweisen würde, dass dieses Sinn ergibt, ich knachse nicht ein. Das heißt, bei mir in der Praxis zum Beispiel gibt es keine manipulative spinale Therapie. Es legt sich bei mir niemand auf der Bank und ich knachse auch niemanden in die Wirbelsäule oder die Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule, sondern es passiert alles meist aufgrund von Bewegungen in Übungen. Das heißt, wie du schon siehst, spinale manipulative Therapie gibt dir als Patient oder Patientin nur das Gefühl, dass du dich entspannt fühlst, bringt aber den Körper nur eine temporäre Lösung beziehungsweise für dich eben das Gefühl einer Entspannung über einen gewissen Zeitraum, der vielleicht kürzer oder auch länger sein kann. Aber Fakt ist, dass der Körper auch nach einer spinalen manipulativen Therapie immer wieder zurückgeht in den alten Zustand. So, warte mal ganz kurz. Wir haben die ganzen Datensätze, wir haben die Studien. Manipulative Therapie ergibt keinen Sinn, kann auch nicht gefährlich sein. Wie entstehen aber dann so viele Unfälle? Um dir das ein bisschen näher zu bringen, die ganzen Datensätze, Studien etc. wurden alle mit Probanden durchgeführt, die keine Vorerkrankungen haben. Wenn du jetzt zum Beispiel Osteoporose, einen Bandschein im Vorfall, Wirbelkörperbrüche etc. hast, dann solltest du definitiv nicht deine Wirbelsäule einrenken oder manipulieren lassen. Und da kommen wir jetzt schon zum springenden Punkt. Wir haben bei uns in Deutschland auch beziehungsweise auf der ganzen Welt ganz oft die Situation, dass Menschen eingerenkt werden, die zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall haben, die zum Beispiel eine Spinalkanalstinose haben, die zum Beispiel Osteoporose haben oder etwas anderes. Das bedeutet, man geht mit diesen Einknachs noch viel weiter rein in eine Struktur, die sowieso schon geschädigt ist. Was natürlich dann noch ein viel höheres Ausmaß an Schädigungen des Patienten oder der Patientin hat. Das heißt, bitte, geh nicht zum Einrenken, wenn du davor strukturelle Schäden nicht ausgeschlossen hast. Das heißt, das bedeutet für dich, du solltest darauf achten, wenn du schon langanhaltende Rückenschmerzen hast, dass du lieber davor ins MRT gehst, bevor du zum Chiropraktiker und zum Arzt gehst, der dich einrenkt. Ich hatte oftmals auch die Situation, dass wir auch Patientinnen oder Patienten hatten, die eben mit einem bestehenden Bandscheibenvorfall an der Wirbelsäule manipuliert wurden. Was geht denn ab? Und das meine ich auch. Bitte achte darauf, dass wenn du zum Chiropraktiker, Arzt oder irgendwo anders hingehst, dich nicht sofort einrenken lässt, sondern bitte zuerst die bildgebenden Faktoren mit einbeziehst. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass spinale manipulative Therapie bei einem gesunden Körper nicht gefährlich ist, aber auch keinen Sinn ergibt. Denn Schmerzen werden temporär gelöst, aber wir heben die Ursache nicht. So, das ist schon mal Fakt Nummer 1. Wenn wir aber jemanden haben, der eine Vorerkrankung hat, dann sollte man darauf achten, dass man eine spinale manipulative Therapie im Bereich dieser verletzten Strukturen nicht durchführt, um eben auch weitere Schäden bzw. Folgeschäden auszuschließen. Abschließend ist auf jeden Fall zu sagen, dass all meine Aussagen, die in diesem Video getroffen worden sind, von Studien unterstützt werden. Diese verlinke ich dir ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich möchte nochmal betonen, dass eine spinale manipulative Therapie bei Patientinnen oder Patienten, die bereits Schäden in der Wirbelsäule vorweisen, extrem gefährlich sein kann und dies auch wirklich schlecht ausgehen kann. Dementsprechend, bitte lasst euch nur einrenken, wenn ihr sicher seid, dass keine strukturellen Schäden vorhanden sind. Ansonsten kann das echt manchmal ganz schön blöd ausgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen wunderbaren Tag. Ich danke dir fürs Zuschauen und schreibe gerne deine Fragen in die Kommentare und falls du irgendwelche Themenwünsche hast, auch gerne rein. Abonnier den Kanal, lass ein Like da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.